Hallo an alle, wir werden öfters gefragt, ist mein Hund zu dünn, fütter ich zu wenig, fütter ich das Falsche, leidet mein Hund darunter, dass ich das irgendwie falsch füttere. Ich kann euch beruhigen, die meisten Hunde sind heutzutage zu dick statt zu dünn. Erschreckt bitte nicht, wenn er jetzt auch zum Beispiel das Futter umstellt, wenn er vorher ein Futter hat, was sehr viel Zucker drin hat, sehr viel Getreide drin hat, das sind einfach so Füllstoffe, da wird der Hund einfach fülliger und runder und wenn man jetzt umstellt auf gutes Futter, auch wirklich fleischhaltiges Futter mit weniger Getreideanteil, dann werden die Hunde einfach wieder eine Figur haben, die dem Hund mehr entspricht. Meistens ist es so, dass die Hunde heute einfach eine unförmige Figur haben. Ich zeige das euch mal an der Kiko. Kiko, komm mal her. Die Kiko hat eine sehr hübsche Figur. Man sieht das ganz schön, hier wird sie schön schmal, hier wird sie schön dünn. Die meisten Hunde haben vorne genauso breit wie hinten die Figur, das heißt die haben keine schöne Taille mehr, sondern die haben eine Wurstform. Das ist eindeutig zu dick, Hunde sollten hier schön schmal werden, hinten geht es wieder breit zum Becken. Das ist einfach sehr wichtig, alles andere ist einfach zu pummelig. Es ist auch nicht schlimm, wenn man die Rippen sieht, bei der Kiko sieht man es jetzt hier nicht, weil sie schön dickes Fell drüber hat, aber man kann sie ganz deutlich erspüren. Man spürt die Rippen, da ist keine dicke Fettschicht drüber. Und manche sagen, oh Gott, oh Gott, man sieht hier hinten manchmal die Knochen oder kann sie ja tasten. Das ist auch normal, wenn man bei uns über die Wirbelsäule streicht oder hinten führt man auch die Knochen. Wenn man die Wirbelsäule nicht mehr tasten könnte bei uns oder die Beckenknochen, dann wäre man auch ein bisschen zu pummelig. Deswegen nicht gleich Panik schieben, wenn da mal was Knochiges ist. Das ist beim Hund völlig normal. Die sind dann nicht irgendwie dick, dünn irgendwie. Das ist jedenfalls so eine perfekte Figur. Es ist auch wieder typabhängig, zum Beispiel die Schwester von der Kiko, das ist die Reven. Die ist eher schon so ein kleines Pummelchen. Das heißt, die Rippen erspürt man hier ein bisschen weniger. Deswegen bekommt sie auch ein bisschen weniger Futter als jetzt ihre Schwester, die jetzt eine ganz andere Verdauung hat. Das ist auch wieder einfach typabhängig. Man muss einfach darauf achten. Wir achten auch sehr darauf, Übergewicht ist bei Hunden viel schlimmer, als wenn sie rank und schlank sind. Übergewicht hat bei uns auch viele Folgen. Es geht auf die Gelenke, es geht auf die Gesundheit, es geht auf den Körper. Es ist einfach eine Belastung, die nicht sein muss. Für den Körper ist das nicht gut. Viele denken, Mensch, mein Hund ist krank. Wenigstens hat er dann gutes Futter und ist schön pummelig. Das tut meinem Hund gut. Ihr tut eurem Hund nichts Gutes, wenn er krank ist und pummelig ist. Der Körper hat dann einfach viel mehr Schaden, als dass er damit klarkommt. Wenn er in die Natur zurückgeht, klar hat der Wolf kein Übergewicht, weil er jetzt nie dauernd fressen hat, sondern sich das erjagen muss. Aber meistens sind die um einiges gesünder und haben definitiv keine Diabetes, keine Arthrose. Das sind alles menschengemachte Krankheiten bei unseren Haustieren, die wir ja auch haben. Durch einfach falsche Ernährung, durch zu viel Übergewicht. Es ist nicht natürlich, dass ein Tier Diabetes bekommt. Ist einfach nicht so. Das tun wir unseren Hunden an. Und den Hunden tut es, wie gesagt, sehr, sehr viel Schaden zufügen. Auch unser Whisky, der liegt hier gleich daneben. Das ist ein riesen Brocken an Hund. Der kann essen, was er will. Der wird einfach nicht dick. Das ist ein total schlankes Bürschchen. Da kann man jede Rippe spüren, jeden Knochen. Aber er ist definitiv nicht so dünn. Ihr seht das ja auch einfach allgemein. Ist mein Hund gut drauf? Hat der Energie? Oder ist der irgendwie apathisch oder schwach? Der Whisky ist alles andere ist apathisch und alles andere als lustlos. Der hat immer Spaß, ist immer gut drauf. Da merkt man auch einfach, okay, der ist gut im Futter. Der braucht nicht mehr. Der ist einfach schlank. Er kann das sehr gut verwerten. Ihr müsst einfach immer mit nur mit dem normalen Menschenverstand an die Sache rangehen und das Gesamtbild sehen. Ihr könnt nicht nur irgendeine Rippe und irgendeine Hüfte anschauen, sondern müsst immer ganz grob sehen, wie geht es meinem Hund? Wie ist er drauf? Wie verhält er sich? Zur Not könnt ihr auch gerne bei der nächsten Untersuchung euren Tierarzt fragen. Wenn ihr einen guten Tierarzt habt, guckt er sich das ganz genau an. Nur ist das Problem, zum Beispiel, wenn ihr hier sehr einen sportlichen Hund habt, wie die Huskys auch, gibt es einige Tierärzte, die wissen, wow, cool, endlich mal ein schlanker Hund und nicht nur die überfetteten, sage ich mal, kleinen Möpse, die da so rumlaufen. Ein Hund, der viel Sport macht, hat einfach eine athletische Figur. Ist bei uns auch nicht anders. Ein Marathonläufer sieht anders aus als einer, der eine halbe Stunde am Tag ein bisschen spazieren geht um einen Block. Manche Tierärzte sind aber ein bisschen ab vom Schuss. Das heißt, die denken immer, das muss eine ganz bestimmte Gewichtsklasse sein. Es gibt ja diese Rassestandards, da steht drin, so und so viel Kilo muss ein Hund haben. Geht bitte nicht nach solchen Verallgemeinerungen. Jedes Individuum ist anders und jeder Hund hat seine eigene Figur. Ist bei uns auch so und sein eigenes Idealgewicht. Genau. Wie ihr seht, einfach nachdenken, ein bisschen schauen, wie geht es mein Hund im Groben und Ganzen. Zu dem einen Thema, Gott, der frisst jetzt so so gerne und so so viel, jetzt ist er bestimmt zu dünn. Stimmt auch nicht. Da haben wir schon ein anderes Video drüber gemacht. Hunde sind einfach Schlingfresse, die essen immer gerne und immer viel. Wenn sie gesund sind, ist das völlig normal. Wenn noch Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Auch eure Erfahrungen. Habt ihr Erfahrungen beim Futterwechsel gemacht, dass ihr merkt, oje, der Hund ist dünner geworden, aber ihm geht es auf einmal viel besser und er ist viel lustvoller und sportlicher geworden. Schreibt es uns ruhig. Wir mögen immer eure Erfahrungen hören, wie es euren Hundis geht. Und wenn ihr noch ein anderes Thema habt, was euch interessiert, sagt uns auch Bescheid. Wir freuen uns über euer Feedback. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschaui. Du bist kein Mausi. Du bist kein Mausi, du bist ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Wie ist das Hund? Hört er?